Hallo Leute, ich bin das Manni und ich bin hier, Busfahrer. Hallo Freunde, ich bin das Manni, Busfahrer, Janschenau. Heute in den Diensten des Hamburger Sportvereins. Das hinter mir, das ist Hamburg. Ist das geil, oder? Das ist das Alsterwasser, das kannst du in jeder Kneipe bestellen. In Bayern sagt man Radler, hier bin ein Radler. Ich werd bekloppt. Moin Moin Claudi, ich bin das Manni, Janschenau, ich bin in Hamburg. Du, hier hat es den ganzen Tag geregnet, hier steht alles unter Wasser. Das ist eine Sauerei, sag ich dir. Ich war gerade hier mit einem Gummiboot unterwegs und mit der Harpune habe ich ein paar Krammen rausgeholt. Begrüßungsgeschenk für die Spieler, Janschenau. Du, ich melde mir, ich verbringe eine schöne Zeit hier an der Ostsee. Und jetzt muss ich zum HSV, die warten schon auf mir. Also, ich hab dir lieb. So Freunde, jetzt muss der Manni nur noch das Stadion finden im Navi. Wie heißt das denn jetzt nochmal? HSH? Nee, das war AOL, ist das auch nicht mehr. Hier bei Imtec Arena. Ich geb jetzt einfach mal Stadion ein. Hier so, da ist das Stadion. Auf geht das Freunde. So Freunde, da sind wir. Ist das Jell, das Stadion vom HSV. Ich fühl mir wirklich wie neu geboren, wa? Jell? Nee, Moment mal gerade. Das ist ja St. Pauli. Ich hab der Claudi versprochen, ich geh nicht zur Rebbarbahn. Ach du Scheiße, nix wie weg, wa? Ich bin ja so bekloppt. So Freunde, da ist es. Das richtige Stadion. Das ist das Volksparkstadion. Haben Sie jetzt wieder so genannt. Das ist richtig geil, ist das. Ja, Janschenau. Marcel Diekmeier und Dennis Jansen. Nee, umgekehrt. Dennis Jansen und Marcel Diekmeier. Hab ich falsch gemacht. Geht mal rein. Ich hab schon zwei, drei Fragen an euch hier. Das ist ja hier. Da kommen die anderen, aber die können noch warten. Was ist denn hier so? Welche Gesetzmäßigkeiten gibt's denn hier beim HSV? Äh, bei der Fahrt? Oh, das nach Segen dürfen wir machen, was wir wollen. Viele gucken iPad, ne? Filme. Ich spiel Mau Mau immer. Ich hab gar kein so was. So iPad oder so. Zwei, zehn, neun noch mal acht aussetzen, wa? Haha, du hast es drauf drauf. Deshalb bist du Buswahrer. Was wächst hier im heimischen Garten in Hamburg? Janschenau, Krabben. So. Und die werden jetzt hier mal schön von euch gepoolt. Ihr habt eine Minute Zeit. Auf die Plätze. Fertig. Los. Poolen. Also Schale ab. Los geht es. Also ein Poolboy bist du nicht, wa? Nee. Und auch nicht im Sommer, ey. Funktioniert. Hast du das gegessen? Ja. Den müssen wir schon mal abziehen, weil nachher beim Zählen ist er nicht mehr dabei, wa? Ja. Und. Feierabend. Aus, aus. So. Ich schau mal gerade hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, ein im Sinn. Ganz genau. Und bei dir sind es zwei. Ja, Dennis. Also das ist ja, ich mein, da kannst du keine Familie von ernähren von die zwei Dinger, wa? Wenn ihr jetzt Auswärts spielt, gibt das irgendetwas, worauf man nicht achten muss? Was ist euch wichtig? Ich als Fahrer da vorne, ja? Dass du ordentlich fährst, aber auch schnell, ne? Dass wir schnell da sind, aber das kriegst du hin, oder? Hamburg, München, eine Stunde ist ja kein Problem. Für mich überhaupt nicht, rückwärts sogar. Ja. So Männer, jetzt hier raus aus dem Bus. Ich hab meine Jacke. Ja, Jacke kannst du morgen abholen. Ich hab jetzt Feierabend. Ipad gibt's auch nicht. Raus jetzt hier. Warte, hier, Dennis, hier, Fernbedienung, ja? Kannst du Marcel leiser machen, wenn er nervt, wa? So. Männer, macht gut. Tschüss. Ich fahr nach Hause. Das war es. Ich hab hier Tarifvertrag, feste Arbeitszeiten. So, wo kommen wir denn da hin? Also, Motor, wo ist er? Haben sie ja nicht eingebaut. So, Freunde, das war der Dreh Manni beim HSV bei der Raute. Hat riesen Spaß gemacht. Zwei super Typen waren mit dabei. Also, schreibt unten in die Kommentare, weil glaubt ihr, wo steht der HSV am Ende der Saison? Und dann schaut euch auf jeden Fall auch an, hier, den Clip Manni beim VfL Wolfsburg. Und hier oben Manni bei Borussia Mönchengladbach. Ich bin bei allen Clubs dabei, aber heute war HSV. Hat Spaß gemacht.